Wir wollen einfach erreichen, dass wir erstmal eine Basis haben, wo wir auch wirklich damit arbeiten können nach dem Setup. Das ist natürlich jetzt erstmal alles harte Testbedingungen hier, weil wir jetzt erstmal wirklich richtig am Limit fahren. Jetzt geht es darum, einstellen, Kilometer sammeln, kontrollieren. Ohne die Arbeit wird man sicher nicht siegen. Es ist jeden Kilometer wichtig, den wir machen. Ich habe kein Pulsgefühl, deswegen bin ich nicht so weit. Man muss immer gut harmonieren zwischen Ingenieur und Technik. Techniker, Fahrer, das ist natürlich immer ganz wichtig für die Entwicklung. Wenn das alles gut aussieht am Computer und der Fahrer sagt, ich komme nicht damit zurecht, fehlt das natürlich auch nicht, weil der Fahrer muss sich auch wohlfühlen im Auto. Also du merkst schon, dass unsere Wärme im Auto haltet ist. Machen wir vier, fünf gezeichnete Runde, gewöhnt sich was dran. Man merkt einfach die Zeit, wo sich das Auto jetzt einfach geändert hat, natürlich die Technik. Das ist einfach ein Meilenstein der Entwicklung. Wir haben das alles ohne größere Probleme abgespult. Wir sind performancemäßig auch schon in einem ganz guten Fenster drin. Also die Basis, die passt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wenn es nicht so Colden hat, dann noch nicht so ganz gut. Sie sind nicht so sehr. Ich glaube, da sind ein schwerer Mensch. Ich brauche mich. Ich brauche die Beine. Ich brauche dich, dass mein Feuer in Richtung. Ich brauche dich! Ich brauche mich! Du hast mich auf der Anfalt von Türke,